Hey Dad, darf ich dir Margrit vorstellen? Sehr erfreut, Margrit. Ganz meinerseits, Mr. Young. Die Zeit zerfliegt nur so, hm? Wohl wahr. He hasn't got time to make you cry. Cause his time is time in time with your time and his news is Captain George. Genau hier, an diesem Ort, hier wollen wir sein. Also wenn du möchtest, könntest du die Nacht ja vielleicht hier verbringen. Ich könnte mein ganzes Leben hier verbringen. Cause his time is time in time with your time and his news is Captain George. Das war unser Zuhause. Wir haben wie gelebt.